Vielen Dank, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Programmpunkt und wollen noch einmal die Bedeutung der Universität zu Lübeck hier in der Hansestadt, im Land, aber auch im Bund ein wenig herausarbeiten. Und wir haben viele hochkarätige Gäste von ganz nah und ganz weit, heute hier, die Präsidentin hat es gesagt, mit dreien wollen wir ins Gespräch kommen. Bitte begrüßen Sie mit mir die Bundestagsabgeordnete, Frau Professorin Claudia Schmidke. Sie ist auch Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Herzlich willkommen. Kommen Sie zu mir. Hallo. Bei uns ist der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Klaus Schlie. Schön, dass Sie da sind. Grüße Sie. Und ich darf nach vorne bitten, unseren Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Jan Lindenau. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Professorin Schmidke, Sie setzen sich, das darf ich sagen, im Namen des Präsidiums sicherlich auch für die anderen Hochschulen intensiv dafür ein, dass die Hochschulen hier in Lübeck gestärkt werden. Dafür den besten Dank. Und dennoch fragen wir uns natürlich immer wieder, so gefühlt kommt der Norden in Berlin ja immer irgendwie ein bisschen zu kurz. Wie tun Sie etwas dagegen? Wie verschaffen Sie Lübeck-Gehör? Das sehe ich natürlich gar nicht so, ist ja ganz klar, aber ja, natürlich mit Selbstbewusstsein, klar, Stätigkeit und mit guten Argumenten, denn die haben wir ja letztendlich auch. Aber Sie haben ganz recht, worin liegen die Herausforderungen, das ist so. Es gibt ganz viele Städte, die ähnlich sind wie Lübeck, keine kommt natürlich ran, Lübeck ist natürlich die schönste Stadt, das ist ganz klar. Aber andere Städte haben auch ihre Schwerpunkte und die haben vor allen Dingen auch ihre Abgeordneten, die sich genauso darum bemühen, dass ihre Stadt und ihre Region zum Zuge kommt. Und das ist gelegentlich tatsächlich einfacher für die Kollegen aus dem Süden, weil die doch etwas finanzstärker sind und bei vielen Projekten wir ja auch darauf angewiesen sind, dass das Land mitzieht. Und da haben wir in Norden, in Schleswig-Holstein im Vergleich zu den südlichen Landesabschnitten manchmal doch ein bisschen ein Defizit, das ist so. Heißt, welche Schwerpunkte sollten wir setzen, um sichtbar zu werden in Berlin? Also Schwerpunkte der Universität, ich empfehle, dass die Alleinstellungsmerkmale noch ein bisschen weiter rausgearbeitet werden und da sind wir ja, oder haben wir ja nochmal den lebenswissenschaftlichen Schwerpunkt, das ist ganz klar. Wir haben einen ganz extrem gut vernetzten Hochschulstandort und wir haben einen guten Transfer. Und meine Empfehlung ist ein bisschen, wir sind ja nun hier oben im Norden, uns vielleicht noch ein bisschen nördlicher, so in den baltischen Bereich zu bewegen, nach Skandinavien, um dann vielleicht auch in gebalter Kraft noch ein bisschen mehr Schwung zu haben, und wir haben in der Tat für europäische Förderprojekte und Unterstützung. Das, denke ich, ist ganz wichtig und ansonsten haben Sie ja hier an der Uni jemanden an der Seite in Berlin, der hier die Universität und das Klinikum extrem gut kennt. Danke dafür. Und die Frage nach der Sichtbarkeit ist auch eine irgendwie immer zwischen Kiel und Lübeck. Nun haben wir jemanden, der in Kiel jeden Tag arbeitet, zu Gast. Sie kommen aus Mölln, also eigentlich auch hier in der Region verwurzelt. Welche Schwerpunkte sollten die Hochschulen aus Sicht des Landes setzen? Welchen Schwerpunkt sollten wir hier setzen, auch in Lübeck? Also ich darf mal einen Satz vorweg sagen, weil ich schon meine, dass das auch angemessen ist. Ich bin ja mal als Mitglied einer Landesregierung, die mit dafür gesorgt hat, den besonderen Kampfesgeist der Lübecker Universität und ich sage mal den Identifikationsgeist dieser Universität auch hervorzurufen, auch in einer besonderen Verantwortung. Und ich finde, das darf man als Politiker auch sagen, man muss ja Fehler von früher auch mal einsehen und eingestehen. Und ich weiß es außerordentlich zu schätzen, dass ich berufen worden bin in das Kuratorium der Stiftungsuniversität. Das ist für mich ein zusätzlicher Schub, noch stärker auch mich einzusetzen tatsächlich für unsere Universität in Lübeck, die ich übrigens auch als eine Universität des Landesteils Holstein insgesamt betrachte. Das nimmt mir Herr Präsident Kipp sicher nicht übel, weil ich schon glaube, dass die Schwerpunkte, die hier ja auch dargestellt worden sind von der Präsidentin, genau die sind, die unser Land Schleswig-Holstein auch in Zukunft stark machen und die wir brauchen. Die Schwerpunkte der Medizin, die Schwerpunkte aber auch, das werden wir noch hören heute im Bereich der künstlichen Intelligenz, die Schwerpunkte, die hier gelehrt werden an dieser Universität und wo hier geforscht wird. Das ist das, was Schleswig-Holstein braucht und da bedarf es noch, das haben wir eben von der Bundestagsabgeordneten zu Recht, glaube ich, auch gehört, noch zusätzliche Anstrengungen. Das ist ganz klar. Wir müssen schon noch gucken, dass wir auch weitere, auch finanzielle Schwerpunkte bei allen Herausforderungen, die es auch in einem Land wie Schleswig-Holstein gibt, gerade auch im Bereich der Lehre und Forschung setzen, in unseren Universitäten und in unseren Hochschulen, weil das auch etwas ist, weil was Schleswig-Holstein insgesamt natürlich nicht nur voranbringt, sondern was uns auch im Wettbewerb nicht nur mit anderen Bundesländern, sondern ja auch international voranbringt und deswegen ist der Weg, der beschritten worden ist, richtig. Ich bin nun keiner, der irgendwie Ratschläge geben sollte oder könnte auch im wissenschaftlichen Bereich. Ich habe mich nie in meiner politischen Arbeit mit diesen Bereichen im Detail fachlich beschäftigt, aber ich kann Ihnen sagen und zusichern, dass es sehr wohl insgesamt im Land, und ich bin ja als Landtagspräsident nun nicht der Sprecher der Landesregierung, sondern es ist, glaube ich, schon das Bewusstsein des Parlaments auch insgesamt uns bewusst ist, dass wir weitere wesentliche Anstrengungen machen müssen. Schleswig-Holstein hat ja gerade jetzt dieses Semester auch den stärksten Zuwachs an Studentinnen und Studenten auch im Länderranking und deswegen glaube ich, ist das eine ganz besondere zusätzliche Herausforderung. Wenn wir uns die absoluten Zahlen angucken, ist da schon noch einiges auch nachzuholen und zu machen, aber vor allen Dingen, und die Präsidentin hat es ja gesagt, ist es notwendig, dass wir auch mit zusätzlichem Landesgeld Anschlüsse finden, sicherlich auch insgesamt an das, was der Bund von uns erwartet. Aber wir haben natürlich auch hohe Erwartungen, Frau Bundestagsabgeordnete, an den Bund und ich glaube, wir würden es auch begrüßen, wenn gerade im Forschungsbereich, das ist ja nun auch deutlich geworden, der Bundeshaushalt seine Zurückhaltung ein bisschen aufgeben würde. Ich formuliere das mal ein bisschen unpersonalisiert. Ich glaube, dass das, was da jetzt an Zuwachs ist, bei Weitem nicht ausreicht. Wenn ein Land wie Schleswig-Holstein sich anstrengt, muss der Bund es bei der jetzigen Finanzsituation erst recht tun. Ich finde, das ist viel zu wenig. Sagt der Landtagspräsident in Schleswig-Holstein, Herr Schli, Sie sind den Hochschulen sehr verbunden, das haben Sie gerade deutlich gemacht, aber Sie sind auch irgendwie den Schulen sehr verbunden. Wie hochschulreif sind eigentlich Schleswig-Holsteins Schülerinnen und Schüler? Bevor ich mal hauptamtlich Politik gemacht habe, bin ich Realschullehrer gewesen, 18 Jahre lang, das ist schon ein paar Tage her, aber ich bin schon der Auffassung, mit einer der Anstöße, die mich dazu gebracht haben, der intensiver darüber nachzudenken, Herr Professor Kipp, der kommt von Ihnen. Als Sie als Präsident der Hochschule in der CHU eingeführt wurden, haben Sie davon gesprochen, dass Sie jetzt erst einmal pro Semester einführen wollen, damit die Studierfähigkeit der Erstsemester herbeigeführt wird, damit die, Sie haben es, glaube ich, genauso wörtlich gesagt, Mathematik, Deutsch und Englisch lernen. Und ich glaube, da ist genau ein Punkt, wo wir auch miteinander diskutieren müssen. Wir haben auch in der Politik, aber nicht nur, über viele, viele Jahre hinweg den Eindruck erweckt, als würde der Mensch erst mit dem Abitur und zusätzlich dann auch mit dem Hochschulstudium dann tatsächlich auch seine Qualifikation insgesamt auf dieser Welt erreichen. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland mit unserem hochqualifizierten dualen Ausbildungssystem wir zu sehr darauf geachtet haben, immer junge Menschen bis zum Abitur hinzubringen. Und nicht alle, die jetzt das Abitur erreichen in den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es dazu gibt, sind letztendlich dazu befähigt, wie ich finde, eine Hochschulreife dann zu erlangen, um ein Studium auch erfolgreich zu bescheiden. Wenn rund ein Drittel der Bachelorabsolventen ihr Studium abbrechen, wenn in bestimmten Fakultäten bis zu 40 Prozent Studienabbrecher im zweiten, dritten und vierten Semester da sind, dann muss uns das doch mehr als zu denken geben. Und bei der demografischen Entwicklung ist es so, dass ich schon finde, dass wir auch das duale Ausbildungssystem, dass wir auch das Handwerk, aber auch die kaufmännischen und sonstigen Berufe wieder stärker in den Fokus setzen müssen. Wahrscheinlich ist es ja so, dass es da auch wieder eine ganze Zeit bedarf, bevor wir auch politisch-gesellschaftlich diese Diskussion führen. Ich habe den Eindruck, dass ein bisschen schon die Diskussion dahin geht. Ich denke, studieren müssen und sollen diejenigen, die studieren können. Deswegen finde ich es auch gut, dass auch die Qualifikation in den Schulen, was das Erlangen des Abiturs angeht, ein Stück hochgeschraubt wird. Und das erlaube ich mir auch als ehemaliger A-Schullehrer zu sagen. Herr Lindenau, also Berlin, ich fasse zusammen, könnte ein bisschen mehr für Lübeck machen und gleichzeitig müssen wir an der Qualität auch in den Schulen, an der Lehre dort feilen. Teilen Sie das? Ja. Ja, natürlich teile ich das, weil ich glaube, wenn man alleine den Unterschied erlebt, wenn man heute in Schulen unterwegs ist, mit welchen Möglichkeiten und Ausstattung Schulen heute leben müssen, mit welchen Rahmenbedingungen Schüler heute Bildung nahegebracht kriegen, dann gibt es, und das erleben wir heute ja alle live, deutliche Unterschiede, beispielsweise zu einer Universität, in der Ausstattung, in den Möglichkeiten und auch in der Frage dessen, wie ein Lehrplan gestaltet ist. Ich sage das mal ganz deutlich, das höre ich in vielen Diskussionen, auch mit Schülerinnen und Schülern, die sagen, mit dem, was wir brauchen, damit wir weiterkommen, hat häufig der Lehrplan nicht immer was zu tun. Und ich glaube, deswegen gibt es da Diskussionsbedarf, da Anpassung vorzunehmen. Und es ist ja gut zu hören, dass das auf den entscheidenden Ebenen auch schon durchgedrungen ist. Aufbruchstimmung, hat die Präsidentin gesagt, herrscht in dieser Stadt und Sie selber sagen das immer wieder auch. Es passiert jetzt, was man hat, den Zusammenschluss in Sachen Digitalisierung, die Hansestadt voranzubringen. Welche Rolle spielen da die Hochschulen in der Gesamtstrategie für diese Hansestadt? Eine ganz wichtige Rolle, weil wir haben das ja jetzt auch in den letzten Monaten schon erlebt, wenn wir die Zusammenarbeit im Digital Cluster hier entsprechend in Lübeck haben, die Gründung des Joint Innovation Labs ist angesprochen worden, alles Aktivitäten, wo die Hochschulen in Lübeck Teil der gesamten Aktion sind, die wir eigentlich angestoßen haben mit der digitalen Strategie für die Hansestadt Lübeck. Ich selber sage auch ganz deutlich, nicht nur im Bereich des Digitalen. Ich habe gerade vor kurzem hier einen Besuch gehabt in der Universität, ging es um das Thema Forschung im Bereich der Pflege, beispielsweise für uns ganz wichtig als ein Betreiber von Pflegeeinrichtungen zu schauen, wenn wir uns neu aufstellen, in welche Richtung stellen wir uns auf? Was sind die neuen Trends? Die können wir hier vor Ort in Kooperation gut erleben, gut austauschen, auch praktisch miteinander ausprobieren. Das sind Punkte, wo ich glaube, das ist letztendlich die Universität für uns hier am Standort und die Hochschulen wichtigste Impulsgeber für die Themen, die uns in der Zukunft bewegen werden. Wir haben die Chance, das eben auch gemeinsam zu entwickeln und deswegen sage ich ganz klar, wir müssen noch viel stärker als in der Vergangenheit zusammenrücken, dann schaffen wir auch große Erfolge, dann schaffen wir auch Erfolge in Berlin. Wir haben es ja vor kurzem gerade erlebt mit dem Ansatz, wie wir die digitale Strategie in Lübeck ausrollen wollen, haben wir uns mit dem Digital Cluster zusammen durchgesetzt. Unter 218 Städten hat Lübeck den ersten Preis gemacht und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir zusammen im Team auftreten und sagen, vernetzt, gemeinsam schaffen wir das und nicht, wenn jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. Und dafür haben wir jetzt die Plattform und ich sage es auch ganz deutlich, wir nehmen das auch ernst, denn der nächste Step ist, dass wir in Berlin uns um die großen Fördertöpfe für das Thema Smart City bewerben wollen. Es geht um 15 Millionen Euro für diese Stadt und die Vorbereitungen laufen und ich werde der Bürgerschaft im Mai jetzt vorschlagen, dass wir uns als Stadt und als Gemeinschaft mit allen Initiativen bewerben und wir bereiten das jetzt vor. Ich habe ganz viel Zuspruch und dann glaube ich, klappt es auch in der Bürgerschaft. Wir drücken die Daumen. Und kommen zu einer Abschlussrunde. KI steht eben nicht nur für Kiel, sondern Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und wird hier in Lübeck gelebt. Frau Professorin Schmidtke, Interprofessionalität und Intelligenz, darum geht es gleich auch Künstliche Intelligenz. Gibt es eigentlich Künstliche Intelligenz im Bundestag? Also ist das irgendwie Thema oder so? Noch nie gehört? Noch nicht? Nein? Nein, selbstverständlich. Also ich sage mal, KI ist wirklich eines der prominentesten Themen. Also absolut, ich sage mal, da kommt vielleicht allenfalls noch die technische Umsetzung der Energieversorgung ran, aber ansonsten hören Sie KI tagtäglich von oben bis unten. Wir haben Anhörungen, wir haben Fachgespräche, alles Mögliche und deshalb war ich auch sehr erfreut und habe auch sehr gerne Ja gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich Mitglied der Enquete-Kommission KI, Künstliche Intelligenz werden möchte. Das sind 17 Mitglieder aus dem Deutschen Bundestag und 17 Experten. Das ist schon eine ganz tolle Truppe. Ich bin die einzige Norddeutsche, nur mal so. Und das ist wirklich eine ganz gute Sache. Wir sind in der Enquete-Kommission im Moment noch ein bisschen am Finden. Mir als auch Chirurgin geht es immer natürlich ein bisschen zu langsam und ich möchte natürlich auch Ergebnisse sehen, aber die Arbeitsgruppen stehen an. Das, was sich so in meinen Augen ein bisschen dort herauskristallisiert, sind eigentlich so drei Punkte. Erstens müssen wir gucken, wovon sprechen wir eigentlich? Es gibt eine schwache und es gibt eine starke KI und worüber wir eigentlich reden, im Moment ist eigentlich eher die schwache. Das, was in den Medien ist, ist immer die starke KI, also dass wirklich Maschinen selber denken und uns da irgendwie völlig überrennen. Wir beschäftigen uns aber eigentlich mit der schwachen KI und da haben wir schon genug mit zu tun. Das zweite oder ein zweiter wesentlicher Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist einfach die Ethik. Und der bedarf wirklich vieler Diskussionen und was machen wir zum Beispiel mit den ganzen Daten, die wir erheben. Das ist für mich auch natürlich von hoher Relevanz als Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Da muss ich natürlich auch sehr bedacht darauf sein, dass wir hier ein Augenmerk auf die Daten der Patientinnen und Patienten haben. Da ist sicher noch einiges zu tun. Und das dritte, einer der wichtigsten Punkte, ist die Finanzierung. Wie finanzieren wir denn die Forschung und Entwicklung? Machen wir das so wie bisher an den Universitäten oder müssen wir uns da neue Konzepte einfallen lassen? Wie schaffen wir das? Andersherum vielleicht auch mit dem, was wir im Moment machen, mit den Mitteln, die wir haben und die wir in der Form zur Verfügung stellen, dass wir nicht abgehängt werden. Und da wird immer zu Recht, zitiert, China. Denn da sieht die Situation schon ganz anders aus. Günstliche Intelligenz, Digitalisierung auch ein Thema. Natürlich im Landtag, vielleicht manchmal auch zu viel Thema. Na ja, als Landtagspräsident beschäftige ich mich eigentlich in jeder Landtagssitzung erst mal mit der Humanintelligenz in der unterschiedlichen Ausprägung, die wir haben. Aber Spaß beiseite. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein Megathema, ein wichtiges Thema. Ich knüpfe mal das Stichwort China an. Wir waren ja mit einer großen Delegation, auch aus Lübeck und der Region waren ja viele mit. Jetzt zweimal hintereinander, 2016 und jetzt wieder in unserer Partnerregion Chiang und in Shanghai und haben dort gesehen, in welcher wirklich dramatisch schnellen und rasanten Form KI dort um sich greift. Und zwar in einem Staat, den ich natürlich jetzt nicht näher beschreiben muss, aber wo eines fehlt, nämlich nicht nur das, was du eben als ethische Grundlagen bezeichnet hast, sondern auch die jegliche Rechtsetzung, die zu einem Rechtsstaat gehört. Und ich finde, wir müssen uns bei der Notwendigkeit der Weiterentwicklung der KI, was die Forschung angeht, was auch die Umsetzung angeht, parallel dazu auch mit der Rechtsetzung beschäftigen, ohne dass das ein Totschlagargument ist und ohne dass das dazu dann benutzt wird, dass sozusagen jegliche weitere Innovation und Entwicklung bei KI zur Seite gedrängt wird. Aber wir brauchen eine vernünftige Rechtsetzung und diese Diskussion müssen wir mindestens jetzt parallel führen. Eigentlich hätten wir sie schon vorher führen sollen und müssen. Und ich glaube, dass neben den ethischen Fragen und neben den rechtlichen Fragen natürlich ansonsten wir tatsächlich, und das ist ja auch durch die Landesregierung jetzt auch angeschoben worden, wirklich ein Schwerpunkt, auch gerade in Schleswig-Holstein, mit den vorhandenen Exzellenzen, die wir an unseren Universitäten und Hochschulen haben, auch setzen müssen und weiterentwickeln müssen. Ich, das sage ich aber für mich jetzt persönlich, ich will mich da nicht in die Fachdiskussion einmischen, aber ich würde mir schon wünschen, wenn es da nicht doch unbedingt einen Wettbewerb der Universitäten und Hochschulen untereinander gebe, sondern wenn man das bündelt miteinander und guckt, dass man gemeinsam dann auch das Land und den Bund und andere davon überzeugt, auch die Wirtschaft überzeugt, dass wir hier an einen gemeinsamen Strang ziehen, weil ich schon glaube, dass gerade in einem Land wie Schleswig-Holstein mit den vorhandenen Ressourcen, die wir auch haben, gerade im KI-Bereich riesengroße Chancen liegen, wenn man auch die beiden anderen Dinge, die ich eingangs gesagt hatte, mit berücksichtigt. Ich kann nur sagen, Lübeck macht da hervorragendes, auch aus kommunaler Sicht, aber auch für das Land insgesamt eine hervorragende Vorreiterrolle. Würde mir wünschen, Herr Bürgermeister, aber das wissen Sie ja von mir, Herr Sachse weiß das auch, dass ihr nicht nur immer in den alten Lübecker Mauern denkt, sondern die Region mitnimmt. Ich glaube, dass das insgesamt sinnvoll wäre. Wäre ja auch schön, wenn die Landräte und Kreispräsidenten hier mit wären aus der Region, weil die einfach auch mit dazugehören, diese Sache auch politisch verstärkt, auch im kommunalen Bereich voranzubringen. Vielen Dank. Dann danken wir Ihnen und fragen noch mal zum Schluss den Bürgermeister. Ball aufnehmend, nicht mehr in den alten Backsteinmauern denken, künstliche Intelligenz als Chance auf die Stadt. Er macht es nicht. Er macht es nicht. Gut. Also vielleicht kurz darauf reagierend, nur zu Ihrer Information. Wir sind gerade dabei, alle Bürgermeister um Lübeck herum einzusammeln, in Anführungsstrichen sie zu bewegen, zu mitmachen, um eben bei diesem Antrag in Berlin auch als Region aufzutreten. Und die ersten Letta of Intents sind schon unterschrieben. Also von daher der Ansatz lebt. Und ich sage immer, digitale Netze hören ja nicht an der Stadtgrenze auf. Also von daher sind wir da einer Meinung. Künstliche Intelligenz in der Stadtverwaltung, sie ist schon da. Ja, man merkt es noch nicht so ganz, aber künstliche Intelligenz muss ja auch lernen. Und da sind wir dabei. In den ersten Schritten passiert das bereits. Also wenn wir uns das Thema beispielsweise Verkehrssteuerung angucken, intelligente Verkehrssteuerung, dann ist das ein Thema. Über Sensortechnik nehmen wir aktuell sozusagen auch schon Verkehrsströme auf, die wir eben auswerten und nutzen für weitere Steuerung. Ich kann das Schmunzeln durchaus nachvollziehen. Gleichwohl heißt das ja nicht, dass wir eben auch nicht alles nutzen wollen, um am Ende genau den Problemen, vor denen wir stehen, sie auch entsprechend zu begegnen. Ich bin sehr zuversichtlich, wir werden zum Sommer hin das auch nochmal sehr detailliert darstellen, wie wir zukünftig vorgehen, dass wir uns eben auch bei Auswertung beispielsweise im Baustellenmanagement nicht nur auf das verlassen, was man gemeinsam am Tisch erarbeitet und ausdenkt, sondern dass man sich auch durch technische Unterstützung hier Informationen sozusagen beschafft und sie dann auch auswertet. Aber es geht auch weiter bis heute in unserer Telefonzentrale beispielsweise. Wenn dort heute jemand anruft im Bürgertelefon, dann erkennt sozusagen der Computer bereits Wörter, die gesprochen werden vom Anrufenden und sucht möglicherweise schon Antworten im PC heraus. Also auch hier geht es schon in die Richtung und daran anglänzend Automatisierung rund Robotik ist ja sozusagen dann auch ein Thema, was damit dazugehört. Also Automatisierung in Verwaltungsabläufen steht ganz hoch im Kurs. Einführung im Moment aktuell der E-Rechnung und damit auch intelligente Erkennung von Rechnungen, die eingehen. Also nicht mehr jemand, der liest, sondern der PC, der erkennt, wie die Rechnung auch zu kontieren ist. All diese Themen spielen heute schon eine Rolle und wir werden da weitermachen. Dann, liebe Frau Schmidke, meine Herren, vielen Dank für den Input und die vermittelte Aufbruchstellung. Danke Ihnen.